ja moin willkommen zurück zu crosscode wir haben eine gilde wir sind mitglied der ersten gelehrte ja und wir sind jetzt oder wir sollen uns auf den weg machen bergen und dann nach westen also hier irgendwo hin was in das maronental genau so hieß es keiner ist da unsere gilde ist nicht am start bekomme ich denn raus ich bin hochgegangen was es hier noch zu kaufen gibt ist denn das ist alles das brauche nicht level ist zu niedrig alte stern warte haben wir für quest winter torne bergen eis dörrholz na gut ich werde mal bergen eis versuchen zu holen es gibt es nicht im nächsten gebiet bergen eis also muss das hier sein warte mal idee botanik info gesperrt okay ich muss hier ganz viele sachen noch kaputt man mal an wie die weg bergen eis bergen eis wo sind wir gerade oder kann man das irgendwo kauf oder ob ich nicht nee ouchi ach wo war das denn ich weiß es gab irgendwo sonnen links wo so eis war eine zone hier vielleicht ja das war hier glaube ich da oben ist nämlich eis und hier auch ok hier nein hier vier von zehn einmal bergen eis aber ich kann einfach reset indem ich raus und wieder reingebe hier ist auch noch was ok nee die scheiße wird nicht resettet aber noch was er ein eis können wir doch bestimmt auch kaufen irgendwo oder die eventuell hier den händlern ist aber noch festgeber hallo gib mir die quest riesige blutrützige hasenkreatur du lappen exer cast und ruck jahre bei blätter beim obelisten wir sollen erstmal leute befragen dann porten wir uns mal einmal zum obelisken weil da war der typ hier ach scheiß jetzt warum sollten jetzt zudem ich weiß jetzt nicht mehr wurde ist leider das übersprungen habe also suchen wir mal hast du nie du hast kein eis da aus wie eis sind aber nur schuhe da kann ich nicht lang dass du schöpfer juwel immer noch ein gut 37 hier können wir noch nicht lang ein guter Dodo. Wo ist der Kerl? Ein Rookie Harbour. Kann natürlich auch am Hafen direkt sein. Ja, ich gehe mal vom Hafen hoch. Das schätze ich nicht, aber ich werde alles checken. Nope. Hm 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 hm. Hm hm hm. Ne. infodings schätze ich auch nicht aber du hast du wickelt wie setter hier scheint er nicht zu sein warum sagen die nicht einfach direkt wo das ist ihr das nicht im quest lock vielleicht im quest hub nichts mehr offen hier und die neue spielereinführung eine ahnung wo der sein soll also was hast du nichts war nicht der eis händel der eis händler wird da unten gott ich schneide und hole euch wieder dazu wenn ich ihnen gefunden hat bis gleich ich bin hier irgendwo reingegangen und ich anscheinend war ich hier noch gar nicht 100.000 credits warum rennen die immer weg man waren sie doch erstklassen jedoch nicht das ist und aras laden nur sandwiche hatte da war ich nicht drin zum magen lieb hier ist er da doch hier war ich drin geil das ist dumm wir sehen uns wieder wenn ich in einem wirklich gefunden habe hoffentlich ich habe gerade was gemerkt war hier auch gar nicht in diesem haus innen war ich noch gar nicht und da ist natürlich jude tag lea ich bin die jog das ist nicht geil gegen der haare legendäre haare jetzt kann ich nicht lesen wir müssen wieder zu schauen jean john hier hier war die glaube ich die lea und jeff ist mir das fünf gefrorene karotten zum einfach windiger aufstieg da waren wir doch schon okay ja habe ich schon fand gerät gefunden menschen war es aber schnell ja okay da waren wir schon ist das dumm dass dieser komische rosa hase da wo dieser eine baum ist wo die ganzen wie heißen sie schneemänner drumrum stehen what the fuck der hase hat er gar nichts gemacht er wurde nicht die wurde angegriffen sage ich labert scheiße aber ganz gewaltig werde nur als pad haben oder so hätte ich es zu faul oder so wenn man kann ich eigentlich emilie ist wirklich offline müssen wir wirklich alleine machen hier krass sieht so aus als hättest du den ort gefunden an dem der dieser legendäre hase sich versteckt hält doch nicht weiß wie stark dein gegner ist die karotte hier ist doch was anderes aber fast gleich auf den weg gewöhnlicher junger pogo nickel sage ich ja die labert scheiße ok war dann zwar doch der andere also ein anderer als ich dachte aber ja wir haben ihn gefangen gut verspricht ist okay dann gehen wir weiter und zwar hier nach links nach western richtung mich da drauf glaube ich weiß es hier nicht den dünnen 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 kann ich nein nach scheiße hier ist auch noch was schale das wollte ich nicht hier hier ist es ingwert tomaten salat hier lang links die brücke irgendwo hier ist zu weit genau hier schade bist du hallo tschuldige ich war gerade mit den gedanken ganz woanders ich bin citron das andere neue mitglied der ersten gelehrten ach okay ich dachte dachte es ist der grünen typi lin hat mir gerade seinen kontakt gegeben und lässt sich schön grüßen also schön nicht kennenzulernen keine sorge ich weiß über das problem mit dem sprachmodul bescheid und ja wir scheinen fast den gleichen level zu haben also ich kann mich deiner party anschließen ja allerdings bin ich heute noch beschäftigt wenn du also nichts dagegen hast bin ich morgen mit von der partie wäre das für dich in ordnung ok ok nun dann bis morgen bald eine neue party mit drei leuten sehr schön der junge scheint einen hexer cast zu spielen die können in einer party sense nützlich sein was haben wir denn hier ja geil können durch maronen tal kann man hier irgendwie hoch irgendwas gut vielleicht hier von ab zum maronen tal ja doch machen wir jetzt noch wüste das wäre es mit dieser folge geht dann beim nächsten mal weiter schauen wir was das morad maronen teil so zu bieten hat bis dahin danke fürs einschalten ich hoffe ihr hattet eine gute zeit macht gute tschüss du w 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